Hi, da sind wir wieder mit einem neuen Netzteil-Test und im heutigen Video sehen wir uns das aktuelle PurePower 11 Netzteil von BeQuiet an. Kleine Anmerkung zum Test. Ich werde in diesem Video nicht alle Punkte aus unserem Test ansprechen, das würde den Rahmen sprengen und das Video wäre mindestens 30 Minuten lang. Ich verlinke euch aber unterhalb des Videos den kompletten Artikel samt weiterführenden Informationen zu Einschaltstrom, Hold-Up-Time und so weiter. Aber kommen wir zum Netzteil. Für diejenigen die sich nicht so mit Netzteilen von BeQuiet auskennen, das Sortiment umfasst insgesamt vier unterschiedliche Netzteil-Serien. Die System Power sind die absolute Einstiegsserie und wie der Name schon verbluten lässt, richtet sich diese Serie primär an System-Integratoren, also komplett PC-Anbieter. Die Netzteile bieten keine zusätzlichen Features wie abnehmbare Kabel oder anderen Fur-Elefants, aber dafür werden diese mit einem attraktiven Preis angeboten. Die PurePower-Serie gibt es mit abnehmbaren Kabeln, wie das Modell das wir uns gleich ansehen werden, aber auch etwas günstiger mit festen Kabel. Vollmodular sind es die Straight Power 11 Netzteile, diese bieten hochwertigere Komponenten und zum Beispiel BeQuiet bekannten Silent Wix 3 Lüfter. Link zum Testvideo vom Straight Power 11 steht in der Beschreibung. Die Sperrspitze bei BeQuiet sind dann die Dark Power Pro, aktuell in der Version 11 noch. So das war ein kleiner Überblick aber kommen wir zum PurePower 11 Netzteil. Ich habe hier das PurePower 11 mit 600 Watt Leistung, das Netzteil kann auf der 12 Volt Leitung 576 Watt bereitstellen und typisch BeQuiet setzt es auf Multi-Wale. Beim PurePower haben wir jetzt Dual-Wale, also zwei 12 Volt Leitungen, die separat abgesichert werden mit 32 Ampere und 28 Ampere. Erwähnenswert ist die kombinierte Leistung auf der 3,3 und 5 Volt Leitung, hier bietet das BeQuiet PurePower 11 140 Watt und sticht deutlich aus der Masse hervor. Andere Anbieter bieten hier 80 Watt, vielleicht maximal 100 Watt. Da einige von euch interessieren wird, nehme ich 500 Watt Version, nehme ich 600 Watt Version. Die Unterschiede selbst halten sich im Grenzen, die Netzteile werden sich bis auf die 100 Watt Mehrleistung nicht wirklich unterscheiden, der größte Unterschied ist aber die Anzahl der PCI-Express Steckern. Das 500 Watt Modell besitzt zwei Kabel mit jeweils einem 6 plus 2 Pin Stecker, während das 600 Watt Modell zwei Kabel mit je zwei 6 plus 2 Pin Steckern besitzt. Also insgesamt vier PCI-Express Anschlüsse. Bedenkt aber Multi-Gipuri ist zwar mit dem 600 Watt Modell möglich, aber nur mit kleineren Grafikkarten empfehlenswert. Kommen wir zu den Testergebnissen und beginnen mit dem Wirkungsgrad. Bei 115 Volt Eingangsspannung sehen wir, dass unser PurePower 11 bei niedrigen Lasten auf Platinum Niveau agiert und zwischen 30 und 40 Prozent Last den höchsten Wirkungsgrad erreicht. Danach fällt es auf Gold Niveau ab. Das sind für uns aber die Werte bei 230 Volt Eingangsspannung in Europa viel wichtiger und hier schafft das Netzteil eine Punktladung auf den Vorgaben für 80 plus Gold bei 230 Volt Eingangsspannung. Das ist keine Selbstverständlichkeit für Netzteile, die bei 115 Volt mit 80 plus Gold zertifiziert worden sind. Erwähnenswert ist auch hier, dass wir hier zwischen 30 und 70 Prozent Last einen Wirkungsgrad über 91 Prozent erreichen. Schauen wir uns den Wirkungsgrad nochmal bei geringen Lasten an. Das PurePower 11 erreicht zwar ansehnliche Ergebnisse, wird aber sichtbar von StraightPower 11 geschlagen. Kommen wir zu den Spannungen. Beim Spannungsverhalten war der Unterschied zwischen PurePower 9 und 10 deutlich sichtbar. Grund dafür war der Wechsel zur DC2DC Technik. Umso geringer unterscheiden sich aber jetzt PurePower 10 vom Nachfolger 11. Das ist aber auch wenig überraschend, da die PurePower 11 eigentlich nur eine überarbeitete Version des Vorgangs sind. Die Ergebnisse sind für ein Netzteil dieser Preisklasse in Ordnung. Die 12 Volt Leitung ist mit einem Spannungsabfall von 1% ganz gut aufgestellt, auf den Nebenspannungen mit über 2% aber nur noch durchschnittlich. Insgesamt bleibt das Netzteil unterhalb der 5% Grenze und damit innerhalb der Spezifikationen. Das ändert sich auch nicht wesentlich, wenn wir zu den Crossroad Lasten wechseln. Das PurePower 11 verhält sich hier beinahe identisch. Kommen wir zu der Restfälligkeit. Bei der Restfälligkeit sehen wir ein ähnliches Verhalten wie beim Vorgänger. Diese variiert etwas von Anschluss zu Anschluss auf der 12 Volt Leitung und zwar von 30mV zu knapp 60mV. Bleibt aber noch innerhalb der 120mV Grenze. Bei den Nebenspannungen gibt es leider keine Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. Das PurePower 11 bleibt zwar unterhalb der 50% Grenze, aber das nur sehr knapp. Kommen wir zu den Schutzschaltungen. Wie ihr seht, schaltet das Netzteil bei über 700 Watt ab. Laut Protokoll bei genau 753 Watt. Wie man im Diagramm sieht, ist das aber etwas spät, weil die Spannung hier auf der 12 Volt Leitung bereits auf 10,8 Volt abgesunken ist. Während die OPP etwas zu hoch angesetzt wurde, sieht es bei der OCP deutlich besser aus. Also der Absicherung der einzelnen Leitungen gegenüber zu hohen Strömen. Interessant ist hierbei, dass die zwei unterschiedlichen 12 Volt Leitungen auch beide einen anderen Auslösepunkt haben und nicht nur auf dem Papier so gehandhabt werden. Auch auf den beiden Nebenspannungen gibt es nichts zu beanstanden. Auf keinem der Leitung bricht die Spaltung merklich ein und das Netzteil schaltet immer korrekt ab. Auf Kurzschlüsse reagiert das PurePower sehr gut, einzig auf der 3,3 Volt Leitung etwas träger. Kommen wir zum wichtigsten Thema bei einem bequerten Netzteil der Lautstärke. Bei der Lautstärke erwartet man bei bequerten nur das Beste. Und obwohl das PurePower 11 zu einer günstigen Serie zählt, wird man auch hier nicht enttäuscht. Dank des durchaus hochwertigen Lüfters und der geringen Drehzahlen ist das PurePower 11 kaum wahrnehmbar. Bis 360 Watt Last bleibt der Lüfter bei etwa 580 Umdrehungen pro Minute. Die meisten Endwender, die nur eine einzelne Mittelklasse GPU verwenden, werden also den Lüfter nicht wirklich bemerkt. Bis 600 Watt Last dreht der Lüfter dann auf, bleibt aber unterhalb von 1000 Umdrehungen. Kommen wir zu dem Thema Temperaturen und wie das Netzteil gekühlt wird. Und hier sehen wir auf den Infrarotbildern einen Hotspot im Netzteil. Die Temperatur erscheint einem subjektiv relativ hoch. Und wäre es bei Elkos auch. Aber sie ist unbedenklich bei Transformatoren. Diese können bis zu 130 Grad Celsius problemlos im Dauerbetrieb erreichen. Besondere Varianten sind sogar noch weit darüber hinaus spezifiziert. So, da werden wir eigentlich schon beim Ende des Netzteil-Tests angelangt und kommen zum abschließenden Fazit. Das neue Pure Power 11 ist eine Weiterentwicklung des Pure Power 10. Natürlich kann man da nicht erwarten, dass bei jeder Generation solche Sprünge gemacht werden, wie von Pure Power 9 zu Pure Power 10. Besonders nicht innerhalb zu kurzer Zeit. Neukäufer Freutis bekommen diese zum gleichen Preis ein verbessertes Produkt. Die Besitzer des Pure Power 10 verpassen aber dafür nichts. Fassen wir nochmal alle Punkte zusammen. Auf der Pro Seite steht, wir haben einen leisen Lüfter verbaut. Unter hoher Last ist das Pure Power 11 leiser als der Vorgänger. Wir haben einen hohen Wirkungsgrad bis 92% bei geringen und mittleren Lasten. Auch eine verbesserte Effizienz bei hoher Last gegenüber dem Vorgänger. Gute Effizienz im Standby-Modus, gute Schutzschaltung, eine gute Hold-Up-Time und ein gutes deutschsprachiges Handbuch. Darüber hinaus gibt es jetzt 5 Jahre Garantie anstelle von bisher nur 3. Einige Nachteile hat die Pure Power Serie dennoch trotzdem. Bei Ripple Werten wurde etwas Potential verschränkt, besonders auf den Nebenspannungen. Die Spannungsregulation auf diesen Nebenspannungen könnte auch besser sein. Und die OPP, die Overpower Protection schaltet etwas zu später. Insgesamt ist das Pure Power 11 trotzdem ein sehr empfehlenswertes Netzteil.